Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 24. Juli Und es ward ihnen geholfen, denn sie schrien zu Gott im Streit und er ließ sich erbitten, denn sie vertrauten ihm. 1. Chronik 5 Vers 20 Am Ende kann der Ertrag unseres Lebens in einem einzigen Satz zusammengefasst werden. Gott, der unser Leben beurteilt, kann und wird es tun. Wie wird dieser Satz bei uns aussehen? Das ist eine beunruhigende Frage. Vielleicht so, er hat viel Geld zusammengebracht. Oder er war ein problematischer Mensch, der immer suchte und nie die Wahrheit fand. Oder sie verstanden es, das Leben zu genießen. Oder nur Arbeit war sein Leben. Wie wird der Ertrag unseres Lebens aussehen? Unser Textwort steht in einer endlosen Aufzählung von Namen und Geschlechtern. Lauter Leute, von denen Gottes Wort nicht einmal einen Satz zu sagen weiß. Leute mit einem leeren und nichtigen Leben. Wahrscheinlich waren die Nachrufe an ihren Gräbern sehr viel inhaltsreicher. Aber am Ende kommt es eben doch nur allein auf Gottes Urteil an. Und er geht hier mit Schweigen über diese leeren Leben hinweg. Aber mittendrin steht die kurze Geschichte von Leuten, von denen Gottes Wort etwas Wichtiges zu vermelden weiß. Sie hatten kein leichtes Leben. Sie kamen in große Nöte. Aber sie konnten beten. Richtig beten. Sie schrien zu Gott. Wie gern hörte er das Rufen seiner Kinder. Und dann heißt es von diesen Leuten. Sie vertrauten Gott. Sie kannten den geoffenbarten Gott, den wir noch viel besser kennen dürfen, seit er sich und seine Liebe in Jesus geoffenbart hat. Sollten wir nicht ihm ganz vertrauen? Und dann. Diese Leute waren Denkmäler der Macht Gottes. Es ward ihnen geholfen. Herr, lass auch unser Leben reich werden an Erfahrung mit dir. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen. Aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. Dankeschön. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020